So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der S&P Live YouDream. Ja, ich habe ja wieder einige Tage eine Folge gebracht, länger als einige Tage, einige Wochen. Und ja, ich hatte eigentlich auch nicht vor, jetzt schon eine Folge zu machen. Das Ganze liegt daran, wenn ich mir jetzt echt gedacht habe, so langsam, ich habe über meinen YouTube-Kanal gedacht, als wäre ich ein Zuschauer, als wenn ich Videos gucken wollte. Eigentlich wollte ich nämlich noch ein zweites Projekt aussuchen, bevor ich wieder anfange, aber mir fällt seit einer Woche nichts ein, also denke ich nicht, dass das so schnell gehen wird. Und ja, deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt Zuschauer bin, es kommen keine ewig keine Videos, dann kommt ein Infovideo, dass wieder Videos kommen werden und dann kommen Videos. Ich glaube, ich werde ziemlich angepisst, deswegen Videos. Wie unerwartet. So, ja, was ich gleich sagen kann, ist, damit ich vermutlich die nächsten Tage nicht immer pünktlich Videos rausbringen werden kann. Das Ganze, ja, hat einen einfachen Grund. Und zwar Schule, ja, ob ihr es glaubt oder nicht. Und zwar wissen es, ja, einige vermutlich bin ich in der 10. Klasse, ja. Das heißt, ich mache dieses Jahr meinen Abschluss und muss mich mal ein bisschen mehr anstrengen als die letzten Jahre, indem ich immer nur knapp, äh, ja, am, äh, am Durchfallen vorbeigekratzt bin. Und jetzt ist genau die Schulaufgabenzeit. Ja, immer schon schön vor Weihnachten, so zwischen November, Anfang Dezember. Und, ja, da geht es immer richtig ab, deswegen könnte das eventuell... Ui, das ist ganz schön laut. Ich könnte das eventuell ein paar Auswirkungen auf meinem Video... Ich muss mal ein Zauberungsstellen. Weil ein Video Rhythmus bekommen, aber ich denke, ich werde nicht länger wieder kalimiert als am März weiter, ja. Ich möchte mal ein Spiel... ... in der Früh am Morgen, ja. Ja, da schaffe ich eine Schulaufgabe. Deswegen, ich dachte, ich muss so... ... anstehen, das stimmt jetzt. Ähm, ja genau, am Donnerstag schreibt zum Beispiel Physikschulaufgabe, ja. Und, äh, deswegen kann ich morgen noch mal nach, aber ja, da wird auch keine Zeit. Ähm, ja. Irgendwann ihr jetzt denken, ja, ich bin jetzt doofen gemacht. Nein, heute nicht verstehe alles, ey. Ich weiß nicht, was ist alles, aber, ja, nichts wisst ihr. Oh, 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 neu. Okay, ähm, wo war ich? Genau, und dann kommt's dazu, damit ich dann am Donnerstag auch noch gleich zur Hochschule gehe, weil ich die kleine Hochschule mache, und das, ja, summiert sich alles dann insgesamt mit Schule, Lernen, Hochschule und alles, ja. Und deswegen bin ich zeitlich ziemlich eingeschränkt, aber, ja, wie jetzt sieht ich jetzt immer noch wieder abends, Zeit, was zu machen. Mal gucken, wie es jetzt eben aussieht, so mit dem Gesprächsmanial, und was auch immer, und dem, was ich jetzt hier noch auf dem Soar machen könnte, denn, ja, aber jetzt glaubt er nicht, mir fällt mir wieder überhaupt nicht ein. Deswegen, ja, ach ja, was ich noch verzichten wollte, ist, sag, ne, die Oberstein haben wir viel, hier, slash Weihnachtsmütze. Ne, slash Weihnachtsmütze. Auf jeden Fall, ja, also, das muss da wohl dazu werden für ein anständiges Leadsplay. Ähm, ja, das macht, sagt, dass ich doch da nicht noch weiter. Hab ich geklischt. Gut, dann werden wir jetzt mal... Ich hab jetzt wirklich, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen hab, bin ich mal auf dem Soar gespielt, muss ich mal kurz gucken, wie es denn hier so aussieht, so. Ich bin Level 3, okay, mein Geburtstag kenne ich, meinen Namen auch, mein Inspektor, 4 von 12. Spielstunden 16, mhm, mhm, mhm. Ja, sehr interessant. Ähm. Okay. Ja. Oh, ich hab ganz schön viel Geld, richtig geil. Okay, ja, Telefonnummern, ist egal, Handyvertrag, oh, ich hab einen Handyvertrag. Okay, 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 okay. Ja, Schluss. Ach da, hello, ich bin froh. Okay, ja, dann ab zur Flughafen, dann fliegen wir schon wieder schnell rum, ne. Denn, ja, was... Ich wollte ja noch viel Geld, ich hab schon mal in einem Video gesagt. Ähm, ja, für alle diese Fragen, was denn das nächste Spiel sein wird, wie gesagt, ähm... Alter, die Fahnen, das ist so unglaublich, ja. Also, ich will nicht sagen, dass ich besser fahre, ja. Ich bin gerade definitiv nicht besser gefahren, ja, aber... Es war aufgrund der schlechten Fahrweise der Busse. Deswegen musste ich so weiterfahren, ne. So, dann... So, dann... Ja... Dann... Dann... Fahrgut herwerfen. Habt ihr zu verliebt, oder was? Seht so aus. Eigentlich ziemlich low, wir sind 125 groß. Das ist ja dann überhaupt schon relativ fehl, wie so ein Zeug. Noch einmal sollen das sagen, ich fahre schlecht, ja. Ich... Dann nehmen wir neue Ausmaß. So. Dann... Ich hab in die Artikel gekocht, das ist... So optimal. Da stehen mir Weihnachtsbäume rum. Alle Weihnachtsbäume. So. Okay. Wir haben wohl das Ruhchen gezählt, aber... Ich stehe jetzt auch nicht hin. Wir hoffen, dass es nicht abgeschleppt wird. Und... Dann sperren wir es wieder zu. Dann machen wir den Motor aus. So. Dann... Hallo, Maus? Nein. Ach, das ist doch... Ja, da hat sich wohl meine Maus verabschiedet. Das ist doch... Ich muss kurz jetzt... Jetzt ist sie wieder da. Passt. Hallo? Okay. Alles gut, alles gut, ja. Alles gut. So. Dann... Ja, ich wollte gerade auch nochmal auf das... Äh, ja. Zweier-Display ansprechen, auf das... Dass ich ja jetzt dann auch noch... ...bald starten... ...werde. Äh, ja. So bald wie möglich. Ich weiß wirklich noch nicht, welches Spiel... Ich dachte mir, ich gehe mal wieder in die Richtung, die ich eigentlich auch vorhatte. Äh, so... Wo ich ja meinen... Äh, kanal richtig wieder angefangen habe. Äh, in Richtung, ja, Simulation oder Strategie... ...dachte ich mir, was alles ist das Problem. Ähm... Das ganze Zeit, bei der Handelschrift-Simulator gab's dann immer so riesen Ding auch, ja. Toll, jetzt hängen alle über den Simulator dran, mit Co-Simulator und so, ja. Deswegen bin ich mir da noch unsicher, ja. Also wenn dann irgendwas, ja, komplexeres, was nicht jeder einfach so macht, ohne jegliche Interesse an dem Thema zu zeigen. Oder ich... Ich glaube, mein Strategie-Spiel, das Problem ist... Ja, ich weiß nicht, ich glaube, aber ich finde die Strategie-Spiel auch richtig scheiße, ja. Ich verstehe selber nicht, warum, ja. Aber es ist anscheinend so. Und da kann ich jetzt leider auch nicht mehr da ändern. Also natürlich, ich... ...könne Spiele spielen, ja. Ich spiele auch zur Zeit Civilization, für die Versailles. Und ich bin basiert das Strategie-Spiel, das die ich mir wissen. Und... ...das könnte man natürlich zählen. Ja, da hab ich mir auch überlegt, ob ich das eventuell jetzt klänen könnte. Das überlege ich mir immer noch, ja. Das Problem ist halt, ich... Äh... ...ja, weiß nicht, wie lange ich da noch brauche, um mich da wirklich so gut einzuspielen, damit das jetzt gleich auch sehenswert ist, ja. Weil, ich meine, ganz ehrlich, ja. Die Bad will jemanden sehen, der ein Strategie-Spiel spielt, der das Strategie-Spiel nicht spielen kann. Und das... Man dürfte es ja dann geben, glaube ich. Ähm... Ja, also wisst ihr schon mal, ich suche mal, welche Richtung es gehen wird, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, ja. Die jetzt auch nicht in die Richtung gehen, das ist mir eigentlich relativ egal. Geil, welche Vorschläge einfach irgendwelche. Wenn ihr welche habt, ja, dann schreibt die mal in die Kommentare, ja. Weil... ...neine Vorschläge, die euch auch gefallen. Da denkt man so, ja, zwei Videos. Ne, ich denke, ihr wisst ihr seht. So, dann auch gleich hier fertig. Also mit dem Essen. Was? Da stand mir irgendwas mit Regierung. Ich hab's genau gesehen, ja. Will ich lesen. Kann ich noch genug hochschauen? Dann will ich jetzt lesen, klar. Ah, ah. Oder was? Steuern auf 10%. Das kommt mir etwas viel vor. Etwas sehr viel, ja. Ähm... Ja, mal gucken. Vielleicht nicht. Ich hab bis zum nächsten PDA auf und dann... Ja, dürfte das noch passen. So. Dann... Ja, ist diese Folge auch beendet. Wenn's ein bisschen zu kurz wurde, ist gut gleich nach. Dann wird die nächste ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, freu euch auf zukünftige, hoffentlich pünktliche Videos. Bis denn und... Und... Ciao. Bis denn. Bis denn. Bis denn. Vielen Dank.